Einen Steinschlag in nur 15 Minuten reparieren, immer sicher und fehlerfrei, das geht nicht, es geht. Mit dem patentierten ProGlasGecko ist das möglich. In nur 5 Schritten können Sie Steinschläge spielend leicht reparieren. Und das stets mit optimalen Ergebnissen. Und so einfach geht's. Vorbereitung. Den Inspektionsspiegel anbringen. Die Einschlagstelle mit dem Hartmetallstift reinigen. Die Ablage für die Reparaturbasis anbringen. Den Gecko einschalten und das Reparaturprogramm starten. Den Harztank mit ProGlas Reparaturharz VR505 AF füllen und mit der Enter-Taste bestätigen. Die Schläuche mit dem Gecko und der Reparaturbasis verbinden. Dann die Taste zur Aktivierung der Pumpe drücken. Die Reparaturbasis über der Einschlagstelle positionieren. Und am Gerät durch Drücken der Enter-Taste bestätigen. Nun wird die Bruchstelle mit Unterdruck beaufschlagt und vakuumiert. Nach 60 Sekunden ertönt ein akustisches Signal. Dann die Harzkammer drehen und die Enter-Taste drücken. Nun startet die Hauptphase des Reparaturprogramms. Im Anschluss ertönt wieder ein akustisches Signal. Die Harzkammer zurück auf die Ausgangsposition drehen. Zuerst den blauen Schlauch, dann den schwarzen Schlauch lösen und die Schläuche in der Ablage einhängen. Die Reparaturbasis von der Scheibe abheben, in die Ablage einhängen und das überschüssige Harz abwischen. Die Ausführung mit der Enter-Taste bestätigen. Das Deckharz auf die Scheibe geben, mit einem Mellarplättchen abdecken. Die UV-Leuchte mit dem GECO verbinden. Neben der Reparaturstelle fixieren und die UV-Leuchte aktivieren. Das Harz wird in nur 45 Sekunden ausgehärtet. Währenddessen wird die Reparaturbasis gereinigt und anschließend die Pumpen abgeschaltet. Die Ablage von der Scheibe abnehmen. Das Mellarplättchen ablösen. Überschüssiges Harz mit einer Rasierklinge abschaben. Und die reparierte Einschlagstelle polieren. Sie interessieren sich dafür, wie Sie Steinschläge an Windschutzscheiben endlich mit hoher Anwendungs- und Prozesssicherheit und stets optimalen Ergebnissen reparieren können? Gerne zeigen wir Ihnen die Funktion und die Vorteile des GECO vor Ort in Ihrem Betrieb. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin. Wir freuen uns auf Sie!